Drecksloch Moin sind Sie alle seines hier ist wieder Neb Gennady von Unlimited Zivil und willkommen zurück zur nächsten Glitching ohne Portal 2 Ja ich habe gerade eben das Ding hier jetzt hier die Kartoffel hier am Stüttel So siehts aus Springen wir mal warte Schön in die Säure Beauty Spa Reloaded Das ist nicht so intelligent Das ist ein bisschen mehr intelligent Und Leute Yolo Ja man Bei der Adresse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm Wie gesagt Ihr müsst uns nur erlauben euch auseinander zu nehmen Wir pfuschen hier nicht um Wir wissen wie man einen Menschen wieder zusammensetzt Ich glaube es einfach nicht Eine komplette Rundum Erneuerung Frankestein Außerdem entfernen wir alle Tumoren Im Grunde müsst ihr uns bezahlen Im Grunde sollst du mal die Fresse halten Ich glaube der hat echt ein bisschen zu viel Speed geraucht man Oh Abatsche Strange Wir haben hier echt wieviele Spielstunden portlich ich denn schon zusammen habe Bitte dass sie auf der Hand ich abschmieren Alles Alles Zehn Stunden Ok Ste-Mobile Puh Vielen Dank Ich kann nicht glauben dass ich mich bei denen bedanke Für eure tapfere Bereitschaft unser Rückstoßgeld zu testen Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein Werden in eurer persönlichen Gegenstände wieder mit Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verschaffen Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen Aber gebt nicht gleich alles aus für Caroline was kaufen sich diese Leute zum Spuren, Sollen, Markläuse Das war ja nicht so klar Dass das nicht funktioniert ist Gefistet Was Das kommt mir nicht mehr aus oder was Das kommt mir nicht mehr aus oder was Drecksloch Die Das ist Das ist Die 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 Er hat nämlich tatsächlich Distinctual mich. Ich muss kurz den letzten Spielstand laden. Scheiße, ich hoffe, ich habe den gespeichert. Das ist durch den Notfall der gespeichert. Oh, das geht tatsächlich. Das heißt, wie ist ein Mobiltelefon, das nicht funktioniert, wenn es sein, äh, wenn es telefoniert, funktionieren soll. Das hat mich das Viech blatt gemacht. Ich habe gerade eben Feature You gesagt. Ich feature dich jetzt. Wo ist denn jetzt Portal-Kanon? Ich vergaß. Ich vergaß. Ich vergaß. Ich vergaß. Ich vergaß. Das war nicht ganz sofort. Das war nicht ganz so smart, Sandro, falls du das einfach mal siehst, danke dafür, gegeben, draus hier. Ach, Vogel, töte das Misty. Gut für ihn, also weiterdenken. Okay, das ist so ein Transponder. Okay. 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 und dort weg nur die Laufgabe Die Laufgabe Pustig auf. wie es weitergeht erfahrt in der nächsten folge von let's play portal 2 ich werde es bis dahin spielen dass ich da schon hoch gesprungen oder sonst wird dieses letztlich ewig geben bis zum nächsten mal euer nebner den an lebte tv tschüss und danke fürs einschalten speichern tschüss und danke ade